Heute führ ich einen Test, die Sandokong Heckbanger-Raketen. Und zwar sind die vom Leslie. Ich habe für sechs Stück 6,50 Euro bezahlt, das geht, finde ich. Und sie haben einen NM von 28,8 Gramm. Und da zünden wir mal drei Stück davon. Jetzt wirklich schöne Salud-Raketen, muss man schon sagen. Kann man sich wirklich mal mitnehmen, macht Spaß. Und da hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!